Moin Leute, willkommen auf meinem Kanal. Wir spielen heute Bad Wars. Mit dabei ist Benji, that's me. Es wird cool und ich würde sagen, let's go. Okay, die Map Girl kenne ich glaube ich auch nicht. Was ist? Im grünen Team ist halt, im roten Team ist er. Red Impostor ist das. Dün, 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 dün. Und weißt du wie er heißt? Er heißt einfach Green Boy Eve. Die ist ein Stück. Okay, immer zuerst das Bett einbauen. So. Äh, äh, was macht der denn? Nein, darf ich nicht? Ja, mach es selber. Mach es selber, mach es besser. Oh, Blau kommt schon. Ja, blau ist da. Ja. Ey, wie schnell! Ja, Digga. Er hat nen Stein schwer. Ja, ich bin tot. Ja, ja, ich bin tot. Yay. Die haben sich einfach... ...einfach so straight zu uns rüber gebaut. Ja. Da kommen sie schon wieder. Ja. Digga, er kann einfach diagonal bis Speed Bridgen. Ja, das ist schwer. Aber ich glaube, das müsste nicht so schwer sein, klar. Okay, kriegt ihr den? Kriegt ihr den? Ja, ja. Nein. Der will abhauen. Der hat nicht in die Combo rein. Normalerlich nicht kommen, er hat nicht aber in die Combo. Er hat nicht in die Combo rein. Ja, das schon. Was zum Geier? Tja, ja. Der will nicht mehr. Ich schlage ihn einfach und er baut sich 30 kurzen Meter rüber. Okay, ist glaube ich noch jemand blaues in unserer Base? Was? Weißt du das? Ich bin wohl ein schlechter Spieler. Ich glaube jetzt einfach mal nicht. Nee, sieht gut aus. Nö, blau ist nicht in unserer Base. Ah, die sind gerade mit Rot beschäftigt, aber einer kommt. Ja, okay, einer kommt. Good to know. Ich habe das Speedfitchen auf dem Laptop, ist extrem schwer, weil das liegen geht dann noch nicht so gut. Ja, komm. Kommt. Ja, ja. Wenn du das schaffst. Oh mein Gott. Ja, da ist Rot. Richtig. Bom, 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 bom. Ja, okay. Er hat mich. Bist du tot? Ja, bist tot. Drei, zwei, eins. Let's go. Wir sind blau. Und es ist eine Map, die ich kenne auf jeden Fall. Ich muss mal was ausprobieren. So, erstmal Wolle. Und schnell das Bett einbauen. Zack, 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 zack. Was? Nein! Ich habe vergessen, dass ich... Ja, was hast du vergessen? Ich bin auf dem Flügel knapp irgendwo anders hingetan. Aha. Echt, warum? Kommst du damit nicht klar? Auf welcher Taste hast du ihn denn? Ich habe ihn jetzt... Ich bin schon wieder runtergefahren. Ich finde ihn bei Shift eigentlich ziemlich gut. Ja. Ich habe ihn auf der Seitentaste der Maus und ich gebe Geld. Ah. Ja, stimmt. Wir wollten, wie das funktioniert. Wenn... Mit dem... Wie heißt es? Mit Fastpush. Hm. Ich habe schon mal zwei Emeralds. Ich glaube Rot ist auch in der... Nein! Ja. Oh gut, kommt. Okay. Ähm. Das ist nicht gut. Ist er bei uns? Ja, ist er bei uns. Geh weg. Noll. Boah, der war alles knapp. Boah. Das war ultra knapp. Das war ultra knapp. Ich habe ihn einmal kurz nach vorne geschlagen. Dann konntest du ihn kurz schnell... Er kommt wieder. Oder einer kommt wieder. Ja. Der ist nicht klar. Wir haben Spaß hier. Wir gehen uns nach ihm. Lol. Er will einfach gar nicht zu uns. Denn... Doch will er schon. Ja. Hat da jemand den Tee gebläst? Oh nein! Ich bin runtergeklickt. Ich habe mich noch runtergeklickt, dieser Absch. Gut, dass du ihn hast. snach ein paar Zeroer Celsius. Bamm, 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 bamm. Der ist weg. Nein, ich habe ihn so knapp noch geschlagen. Eine halbe Sekunde schneller. Das ist ärgerlich. Die roten waren diesmal richtig fies so ins Hölle. Ja, die mache ich jetzt nicht mehr. Ja. Anzeige. Aber anscheinend war lang nicht mehr jemand in der Mitte. Auf einen Schlag habe ich jetzt sechs. Und ich kann mir eine Tierrüstung holen. Zwei habe ich noch auf Lager. Die bringen wir momentan eigentlich nicht so viel. Vielleicht, wenn ich noch einen kriege, dann kann ich mir ein Tiererschwert holen. Ja, aber... Hier. Siehst du den roten da? Ich habe aus Versehen und die Welt auch zur Mitte zurück gehört. Ach, du warst das. Ja. Der gesprengt hat. Ja, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ah, rotes. Rotes Bett ist auch tot. Sie haben es verdient. Das wird nicht ins Video reingeschnitten. Video dürfen keine Fails haben. Mhm. Bist du... Du bist runtergefallen. Ja, moin. Boah, es leckt mich immer nach oben. Aber das ist nur bei Bad Wars. Mich manchmal auch. Hier sind vier Dias. Nice. Hast du Lust, danach Dinge zu machen? Oh, Mann. Ja. Hier ist ein grüner. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Also ein grüner ist jetzt... War ja klar, aber die Feuerkugel war ziemlich... ziemlich schlecht. Ach so, hier ist ein roter. Ach so, der geht wieder. Aha. Ja, na toll. Das ist jetzt ganz doof. Lol. Das ist so... Das sieht so cool aus, wie ihr beide abhaut. Pff. Ja. Ja, na toll. Ich hab zuerst... Ich hab zuerst gedacht, das wär ein Lag gewesen und ich wär wieder... Also der Lag hätte mich gerettet, aber nein. War nicht so. Doch, er hat dich schon gerettet. Naja, nur er hat zu lange geschlagen. Ah, er hat wieder weiter geschlagen, oder? Ja, ja. Er hat durchaus geschlagen. Okay.